Unsere Frauen, reihenweise angemacht und entführt wurden, saßen wir als stolze Deutschen nach dem Unbehalt gerötselt, das germanische Rothäute unter der etagenischen Sonne. Sie waren einfach aus dem Hohen. Erst Jahre später schiefen die Damen daheim, glücklich und ausgedeckt. Es war wieder endlich auch wahr. Schon wieder aus dem Hohen. Diese Leute als Jugendliche Deutschland stellen die Kaffee hier früher noch ein. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.